Du bist auf der Suche nach einem neuen Lattenrost für dein Bett? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Hier schauen wir uns nämlich die 5 besten Lattenroste aus 5 unterschiedlichen Preis- und Leistungsklassen an. Die 5 Modelle aus diesem Video kommen auch nicht nur von verschiedenen Herstellern und Leistungsklassen, sondern können auch durch ganz unterschiedliche Funktionen, Qualitätsmerkmale und Eigenschaften überzeugen. Von einem klassischen manuellen bis zu einem komplett elektrisch verstellbaren Modell haben wir in diesem Video alles dabei. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Lattenroste kennenzulernen und nach dem Video ein passendes Modell für dich und deine Ansprüche finden zu können. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis, alle Modelle sind auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Möchtest du dich nach dem Video also nochmal genauer zu den einzelnen Lattenrosten informieren oder deinen persönlichen Favoriten auch sofort bestellen, dann schau jetzt gerne mal über die Links in der Beschreibung vorbei. Starten wir das Video mit dem stabilen und auch verstellbaren Lattenrost von Schlummerparadies. Das Schlummerparadies besteht aus einem sehr stabilen Buche-Lattenrahmen. Seine 42 Federleisten bieten eine starke Unterstützung beim Schlaf und sind auch in die sieben Körperzonen eingeteilt, was bedeutet, dass sie eine sehr starke Ergonomie ermöglichen. Die Maximalbelastung dieses stabilen Modells beträgt bis zu 200 Kilogramm mit Matratze und kann Dauerbelastungen von 140 Kilogramm ohne Probleme aushalten. Die Verarbeitung des Modells ist herausragend und garantiert für eine sehr starke Langlebigkeit des Lattenrostes über viele, viele Jahre. Auch ist es teilweise manuell verstellbar. Das Kopfteil lässt sich in verschiedenen Winkeln aretieren, sodass man hier auch ganz entspannt sitzen bzw. eine gehobene Kopfposition beim Schlafen bekommen kann. Ein sehr starkes Modell, welches für auch einen, wie gesagt, äußerst günstigen Preis erhältlich ist. Der Lattenrost von Schlummerparadies ist made in Germany, überzeugt durch eine starke Qualität sowie, wie gesagt, auch eine gute Körperergonomie. Alles weitere zu diesem Modell aus der Einsteigerklasse über den ersten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich hier gleich schon um eines der beliebtesten Modelle, welches allein im letzten Monat über 200 Mal verkauft wurde. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn jetzt werden die Lattenroste nur noch hochwertiger und funktionaler. Zum Beispiel das Modell der zweiten Preisklasse, der Lattenrost Rodos vom Hersteller FMP Matratzenmanufaktur. Dieses besteht ebenfalls aus einem hochwertigen Echtholz. Das robuste, 7-Zonen-Lattenrahmengestell besteht aus stabilem Schichtholz mit durchgängigen Seitenteilen. Romantet ist er mit pflegeleichtem Dekor, die Querholme bestehen zu 100% aus massiver Buche und der lastverteilende, reißfeste Mittelgurt garantiert eine optimale Gewichtsverteilung. Die Belastbarkeit dieses Modells liegt durch diesen hochwertigen und sehr robusten Aufbau bei bis zu 180 Kilogramm. Praktischer Modell sind auch die Verstellfunktionen, denn neben dem Anheben des Kopfteils lässt sich auch die Fußstütze hier ganz einfach und manuell einstellen. So kann man die für sich perfekte Liegeposition nicht nur beim Kopf, sondern auch beim Fußteil für sich genau einstellen. Auch lassen sich hier aber die Härtegrade in neun verschiedenen Stufen einstellen, wodurch man den Beckenbereich individuell auf das eigene Körpergewicht anpassen kann. Dafür hat das Modell Schieberegler an den Rostteilen dabei, wodurch die Matratze entweder weicher oder auch härter wird. Und in Kombination mit der extrem hohen Stabilität, der sowieso erhältlichen 7-Zonen-Körperregulierung und auch der Höheneinstellung der Kopf- und auch Oberschenkelzone, ist der Lattenrost von FMP einer unserer absoluten Empfehlungen. Vor allem für diesen günstigen Preis insgesamt ein absolut starker Preis-Leistungssieger. Alle weiteren Informationen zum Modell erfährst du nun über den zweiten Link in der Beschreibung. Bleib aber auch gerne noch dran, denn wir haben noch drei sehr interessante Lattenroste hier im Angebot. Zum Beispiel das Modell aus der dritten Preisklasse, den 7-Zonen-Lattenrost Cloud von CubeSleep. Der CubeSleep Cloud überzeugt durch einen sehr einzigartigen Aufbau durch punktelastische Tellerfedern. Diese Tellerfedern sind einzigartig im Vergleich und sorgen wie gesagt für eine herausragende Verteilung des eigenen Körpergewichtes. Sie sind punktelastisch und hochflexibel, was dafür sorgt, dass sie sich extrem gut dem eigenen Körper anpassen können. Anpassen lässt sich hier auch das Fußteil, welches sich in einigen Stufen nach oben oder unten verstellen lässt. Auch das Kopfteil ist in insgesamt 13 verschiedenen Stufen für den extra Komfort einstellbar. Mit 8 cm ist dieses spezielle Modell trotzdem noch sehr flach gebaut und passt sich somit allen möglichen Bettgestellen an. Die einzigartigen Tellerfedern sind ebenfalls auch in die 7 Körperzonen unterteilt und sorgen somit auch für eine extrem starke Körperentlastung. Die Querleisten, auf denen diese Federtellern montiert sind, bestehen aus hochwertigem Buchen-Qualitätsholz. Das Gestell an sich aus einem stabilem Stahlgestell und damit ist dieser Lattenrost mit insgesamt bis zu 180 kg belastbar. Ein einzigartiges Modell mit einem sehr besonderen Aufbau durch die Tellerfedern. Die Kunden berichten grundsätzlich sehr positiv von diesem Lattenrost und wenn auch du dir jetzt noch ein Bild zu diesem Modell machen möchtest, schau gerne mal über den dritten Link in der Beschreibung vorbei. Und bleib jetzt aber auch unbedingt noch dran, denn die letzten beiden Modelle, die wir dir vorstellen wollen, haben es wirklich in sich. Es handelt sich um elektrisch verstellbare Lattenroste. Aus der vierten Preis- und Leistungsklasse möchten wir euch den Komfort 44 von Schlummerparadies vorstellen. Der elektrische Lattenrost von Schlummerparadies besteht aus 44 Federleisten, welche ebenfalls in die 7 Komfortzonen eingeteilt sind. Er besteht zu 100% aus Buche und hält herausragende Belastbarkeiten bis 180 kg inklusive Matratze aus. Er ist mit zwei hochwertigen Motoren für das Anheben des Kopf- und auch des Fußteils ausgestattet. Über eine Fernbedienung kann man diese Höhe hier ganz einfach und schnell einstellen und das Modell so an den eigenen Körper und die eigenen Bedürfnisse anpassen. Vor allem lässt sich das Kopfteil hier auch so hoch einstellen, dass man bequem im Bett liegen kann, was zum Beispiel angenehm ist, wenn man vor dem Schlafengehen noch etwas lesen möchte. Auch die Härteregulierung im Beckenbereich ist hier wieder dabei. Zwischen neun verschiedenen Stufen kann man diese einstellen und auch dieser Schlummerparadies Lattenrost ist natürlich zu 100% in Deutschland hergestellt und kommt mit einer starken 10 Jahre Garantie auf den Lattenrost selbst und auch einer 3 Jahre Motorgarantie. Hier kann man also nicht wirklich was falsch machen, wenn man sich für diesen elektrischen Lattenrost entscheidet. Der Komfort 44 ist tatsächlich auch das beliebteste Modell, was die Kundenbewertungen angeht. Er wurde mit 4,8 von 5 möglichen Sternen bewertet, der beste Wert im Vergleich, was für die starke Qualität und Funktionalität sowie auch hohe Langlebigkeit des Komfort 44 spricht. Alles weitere zum Modell findest du jetzt über den vierten Link in der Videobeschreibung, wo du auch diesen Lattenrost bei Interesse direkt bestellen kannst. Bleib jetzt aber auch gerne noch dran, denn als fünftes und letztes möchten wir das absolute Premium-Modell im Vergleich vorstellen. Es handelt sich auch wieder um einen elektrisch verstellbaren Lattenrost, nämlich den Cozy2Go von CozyWorld. Das Modell, welches in fünf verschiedenen Größen erhältlich ist, auch für extrem breite Betten, besteht aus einem ultraflachen, aber sehr stabilen Aufbau. Der Rahmen besteht aus einem Qualitätsbuchenholz mit massiver Belastbarkeit. Er kann bis zu 150 Kilogramm tragen und beherbergt die vielen Feder querstreben. Diese sorgen für eine starke Gewichtsverteilung und auch Körperergonomie, welche auch extrem starke Flächenlasten bis 150 Kilo tragen kann. Mit seiner Gesamtbauhöhe von nur 10 Zentimetern lässt er sich auch auf schmale Bettrahmen montieren. Besonderes Highlight die Klappbarkeit des Rahmens. Falls man ihn nicht benutzt, kann man ihn ganz einfach einklappen und dann platzsparend verstauen. Besonders praktisch ist auch die elektrische Verstellbarkeit dieses Lattenrostes. Der CozyWorld Cozy2Go kann über die Fernbedienung an der Seite eingestellt werden, aber auch eine moderne App-Steuerung ist hier dabei. Diese einzigartige Funktion ermöglicht es, sein Bett ganz einfach von seinem Smartphone aus zu steuern. Aber auch über die Fernbedienung ist das, wie gesagt, möglich. Hier handelt es sich um eine Funk-Fernbedienung, welche also ohne Kabel funktioniert. Insgesamt handelt es sich beim CozyWorld Cozy2Go dadurch um das hochwertigste und vor allem funktionalste Modell im Vergleich. Es besitzt einen ultraflachen Aufbau, ist auch faltbar für jede Matratze geeignet und besitzt die einfachste Verstellbarkeit durch die praktische Funkfernbedienung oder die App-Steuerung. Alles weitere zu diesem Premium-Modell kannst du dir nun über den fünften Link in der Videobeschreibung durchlesen, wo du diesen Premium-Lattenrost auch bei Interesse direkt bestellen kannst.